Hi Freunde, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. So, ich habe jetzt schon ein bisschen vor der Basis angefangen, damit man nochmal sehen kann, wie langsam wir hier unterwegs sind. Man sieht schon, echt langsam. Geht kaum was weiter. So, hallo. Welcome aboard, Captain. Vielleicht können wir dann auch noch mehr Ionen-Batterien bauen und Energiezellen. Ganz gesagt, sollten wir schon vier von denen haben, nämlich zwei für den Brownsuit und zwei für den Seatruck. Einfach damit wir halt genügend Energie haben. So, wir können die jetzt mal wieder auftanken. So, und manche Aufmerksame von euch haben das vielleicht schon entdeckt. Wir haben den Kollegen hier. Den habe ich nämlich gebaut, weil der ist sehr nützlich, weil wir brauchen die Energiezelle hier nicht mehr. Wir brauchen auch die Batterien dazu nicht. Das heißt, wir können sie einfach zerlegen. Und wieder Ressourcen rausholen. Inwiefern das nützlich ist, wenn man... Was machen wir mit dem Zeug? Das steht auf einem anderen Papier. So. Okay. Wir brauchen mal das Tiefenmodul des Brownsuits. Das ist mal das Wichtigste. Das war eigentlich der ganze Grund unseres Ausflugs. Yeah. Dann pflanzen wir das hier an. Ähm, hallo? Warum geht das an hier nicht? Das ist ein bisschen komisch. Hä? Warum kann ich das hier nicht anpflanzen? Ich kriege auch keine Samen davon raus. Interessant. Sehr komisch. Hoppla. Noch mehr Salz. So. Mehr Ionenbatterien. Was haben wir hier noch bekommen? Den Parallelprozessor. Genau. Den können wir gleich mal craften. Einmal Gold, einmal Silber. Einmal eine Tischkorrelle. Ionenwürfel. Gold, Silber, Lithium. Das braucht man nicht. Ach so, das war dafür da. Testüberbrückungsmodul. Brauchen wir noch ein Blei. Darum geht es nämlich eigentlich. Was haben wir hier noch bekommen? Torpedos. Die Schubkanone. Den Arm hier. Das hier. Erweiterter Kabelsatz. Was brauchen wir für einen erweiterten Kabelsatz? Okay. Wir brauchen zweimal Silber. Wir brauchen einen Computerchip und so. Jetzt kämen wir uns besser. So. Eins, zwei davon. Haben wir einen Kupferdraht? Haben wir. Wir haben auch noch einen Kabelsatz. Gut. Das sollten wir alles haben, was wir brauchen. Ah, es fehlt noch Gold. Okay. Zugkraftmodul Schmierstoff und Lithium brauchen wir noch. Lithium ist hier. Schmierstoff ist hier. Ah, das brauchen wir ja auch. Gut. Das hätten wir mal. Bitteschön. Das kommt hier hin an. So. Das Problem ist, für drei Energiezellen brauchen wir sechs solche Batterien. Können wir so viel machen? Können sie ausgehen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Lithium. Müssen wir bei anderen Sachen mal loswerden. Geht noch nicht, weil voll ist. Kupfer können wir loswerden. Was brauchen wir dafür? Jeweils ein Silber. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Silber. Und jeweils ein Gold. Und die Kyanid-Kristalle können wir auch nicht loswerden, weil wir einfach voll sind. Shit. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nein. Aber fast kein Gold mehr dann. Gummi und Kabelsatz brauchen wir dann auch noch. So. Drei Gold, drei Lithium. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kabelsatz kriegen wir auf jeden Fall nicht viel zusammen. Oh, das könnte sich aber ausgehen. Könnte sich ausgehen, dass wir es... Genau, wir brauchen ja drei, also... ...sollte passen. Shit, jetzt haben wir aber kein Silber mehr für die Ionenbatterien. Fuck. Verkackt. Voll verkackt. Eine Energiezelle können wir hier bauen. Oh Mann. Na ja, zumindest haben beide jeweils eine Ionenenergiezelle. Das ist... Scheiße ist das, wo wir daneben springen. Nein. Da wollen wir... Nein. Da wollen wir her. Genau. Sehr brav. So. Recycling. Das können wir auch recyceln, weil dann kriegen wir das wieder zurück. Und die Batterie. Haha. Doch noch eine zweite. Die bekommt die Seatrack. Okay. Okay. Aber gar nicht. Das soll jetzt wieder hier hinan. So, Nickel. Nickel. Nickel kommt zum normalen Metall. Da kommt Magnetid rein. Da kommt Lithium rein. Da kommt Silber und Gold rein. Titan ist nach wie vor voll. Silikongummi. Ja, da kann ich das aber... Ja, da kann ich das aber... Da kann ich das verbessern. Die kommt hier weg. Und kommt dafür hier drüben hin. Wenn wir schon dabei sind. Dann werden wir die auch gleich mal aufladen. Dabei werden wir auch gleich was feststellen. Oh nein. Hey. Komisch. War das nicht vorher so, dass die ganz normal ausgeschaut haben? Also wie normale Batterien? Oder täusche ich mich da? Mir ist ja aufgefallen, dass die Energiezellen... Bei denen sieht man, dass das die Ionen-Energiezellen sind. Aber ich dachte, hier wären auch die normalen Batterien... ...statt Ionen-Batterien zu sehen. Es gab auf jeden Fall kein Update, von dem ich wüsste. Offensichtlich hat das doch gepasst. Blöd ist nur, dass wir eine brauchen. Ah ja. Und wie man sieht, Mods sind wieder installiert. Eine noch nicht. Eine fehlt noch. Nämlich die für irgendwelche Anzeigen halt. Dass man verschiedene Dateneinträge anzeigen kann auf den Bildern oder so. Sowas in die Richtung. Okay, jetzt sind wir hier auch voll. Die Star ist auch voll. So. Titan. Wie schön. Oh, war gleich weg. Ähm... Das Ei. Okay. Bräuchten wir Platz für... Shit. Das ist beides voll. Ähm... Das ist voll. Das ist voll. So. Du bekommst die hier und du bekommst die hier. Ne, warte mal. Da kriegst du eine normale Batterie. Der Laserschneider braucht ja viel mehr Energie mehr. Also kriegt der auch die starke Energiezelle. So. Aha. Was sagt die Zeit aktuell? Haben wir noch genug Zeit? Haben wir jetzt schon... Ne, wir haben das interne Aquarium, das große noch immer nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo man das finden kann, ehrlich gesagt. Das muss ich, glaube ich, mal googeln. Ähm... Wir werden auf jeden Fall hier oben einen weiteren Stock draufbauen, würde ich sagen. Wir brauchen mal zwei Plastalbarren und Plastalbarren bedeuten, glaube ich, Blei, ne? Nö, Lithium. Titanbarren und zwei Lithium. Okay, Lithium und hoffenweise. Eins, zwei, eins, zwei. Und Titanbarren haben wir auch. Gut, dann machen wir die auch wieder los. Yay! Können wir recht easy da nach oben bauen. Dann brauchen wir auch Titan. Das haben wir hier mit. So, dann kommt ihr hier natürlich mal weg. Ihr seid jetzt hier definitiv im Weg. Man, warum die fünf Sachen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Ein Kupfer, zwei Titanen und zwei Quarz, ne? Ui, Hüllenstärke bei minus, äh, vier, äh, minus vier kam und jetzt sind wir auf, zu niedrig auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen nochmal Lithium, weil wir müssen da oben was machen, bevor wir unter Wasser sind, komplett. Noch mehr als ohne hinschauen. Was ist denn das? Äh, hallo? Da. Alles gut. Alles gut. Schön, nasses Bett. Schlaft man sicher ausgezeichnet drin. Ja, die Elektronik wird's auch vertragen. Oh boy. Danke, sehr freundlich. So, dann können wir auch die Kristalle hier wieder ein bisschen leeren, hoffe ich, oder? Ja. Ja. Jetzt haben wir da sechs, acht. Ein bisschen Glas. Das ist nämlich gerade ein bisschen schwierig, weil die Solarpaneele noch fehlen. Shit, wir brauchen also wieder ein bisschen, äh, eins, zwei, drei, vier. Sonst haben wir nämlich keine Solarpaneele und es geht hier ein bisschen die Energie aus sonst. So, die liefern uns jetzt aber wahrscheinlich auch mehr Strom, weil... Oder auch nicht, weil wir platzieren sie nämlich woanders. Weil da wären sie nämlich höher und würden natürlich dann mehr Strom produzieren. Wer schreit hier so rum? Äh, Titan und Kupfererz. Na schön. Na schön. Na schön. Na schön. Titan, Kupfererz. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ich es falsch herumgenommen habe. Natürlich, fuck herderum. Fuck. Ah. Sagts mal, was haltet sie eigentlich von Grounded? Also nicht, wenn man es ist. Das ist sicher nicht so leiband. Wobei, kommt drauf an, auf welcher Typ Mensch man ist. Für manche ist das gar nicht so schlecht. Aber wie wäre es, wenn wir das hier als Let's Play mal anreißen? Würden. Nicht sofort, logischerweise. Aber irgendwann halt einmal. So, wo machen wir uns hin? Naja, da ist glaube ich gut. Wow. Warum steht noch das Wasser? Aber jetzt wird es weniger, oder? Oder täusche ich mich da? Nee, jetzt. Dankeschön. Ich habe jetzt Grounded erstmal kurz wieder ausprobiert. Und ja, es ist jetzt schon... schon cool eigentlich. Warum können wir das hier nicht bauen? Können wir hier irgendwo Glas dran bauen? Hä? Ja, auf jeden Fall bin ich am überlegen, ob wir das als Let's Play machen. Das ist halt leider Gottes auch noch in Early Access. Also, schon länger. Aber es bekamen immer regelmäßig gute Upgrades. Achso, hier ist schon dran. Jetzt geht es auf einmal. Ja, okay. Egal. Auch noch eins. Also, ich könnte mir das gut als nächstes Projekt vorstellen. Entweder nach Subnautica hier. Das Nebenprojekt. Das wird jetzt nicht mehr so lange dauern, denke ich mal. Also, je nachdem, wenn sie sagt, ja, das kann man machen, dann machen wir das. Ich weiß auch nicht, ob das dann hier dran kommt gleich oder nicht oder so. Das weiß ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall kein einfaches Spiel, habe ich gemerkt. Aber es hat so ein bisschen ähnliche Vibes. Es hat auch Survival, Base Building und so. Man kann auch nicht ganz so coole Basen bauen, aber man kann Basen bauen. Aus Gras halt. Schreibt es halt mal in die Kommentare. Ob es sich davon halten würde. Wieder weg, die Frucht hier. Und wieder weg. Nehmen muss das halt schon auch, ne? Hey, die haben scheinbar ein Ablaufdatum. Und die Nüsse hier nicht. Das heißt, die Nüsse sind genauso richtig für lange Reisen. Weil die nicht schlecht werden. So. Ja, es ist die Frage, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Und was macht eigentlich die Zeit? Okay, der Part ist gleich zu Ende. Gut, das heißt, was muss ich nachschauen? Ich will auf jeden Fall nachschauen, wo man das Aquarium finden kann. Ich habe aber so eine Vermutung, wo man es finden kann. Und ja, irgendwas anderes wollte ich nachschauen, aber wie zu erwarten, weil wir es vergessen. Schauen wir eigentlich aus mit anderen Sachen. Bohrarm und so sollten wir auf jeden Fall machen. Beziehungsweise den Wurfhaken. Benzol. Höhlenrosensporen. Da werden wir als nächstes hingehen, damit wir diesen Wurfarm machen können. Wofür brauchen wir die Salzsäure? Das weiß ich jetzt nicht. Erweiterter Kabelsatz. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Ressourcen wieder dann. Weil jetzt haben wir echt einiges verbraten an Gold und Silber. Aber Freunde, das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.